Na, zieh's raus! Na, zieh's raus! Na, zieh's raus! Huh, super Leute! Ja, wir wissen nicht, was der Abend noch bringt, aber ich bin erstmal sprachlos. Erstmal danke, dass ihr heute alle da seid. Schied Wetter seit einigen Wochen in Hamburg und heute hat's auch, sag ich ganz offen, für uns politisch gewittert. Ich bin ganz ehrlich und ihr auch, das ist ein schlechtes Ergebnis, mit dem können wir nicht zufrieden sein. Und insoweit ist das politisch wirklich ein großer Einschnitt für uns. Auf Wiedersehen! Entschuldige Klopfen! udi so. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.